GGs Hey, nett, Gigi, ja, Facebook Gigi Jo, moin und was geht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Heute gibt es mal wieder eine neue Hotmics-Folge, ich glaube, das ist jetzt schon der sechste Teil oder so Ich bekomme bei den ganzen Hotmics-Folgen immer extrem positives Feedback, deswegen ich küsse eure Herzen Es macht so unglaublich Spaß, diese Videos zu schneiden Und ich würde sogar sagen, dass die heutige Folge, glaube ich, meine Lieblingsfolge ist Natürlich gilt wie immer, schreibt mir gerne eine Zeitangabe in die Kommentare, wann euer Lieblingshotmich war von dieser Folge Ansonsten lasst natürlich wie immer sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da, um keine zukünftigen Warzone-Videos mehr zu verpassen Und ich würde sagen, viel Spaß mit den heißen Mics Ich wünschte, ich könnte auch so glücklich sein, nachdem ich so eklig geholt wurde Geiler Typ Was ist denn das für ein Geräusch? Junge! Junge! Was ist denn das für Hotmics? Tot! Ein, Beato Er hat geweint oder so Ich höre auf, nein! Nein, nicht aufhören, Max! Max, nicht aufhören, es tut mir wirklich leid Was ist denn das für ein Geräusch? Ich hab' noch einen! Nein! 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 Nicht näher! Nicht näher! Nicht näher! Noch mehr Hotmikes? Blau noch? Aber gut! Okay, noch einen? Komm, wir sammeln noch einen! Nein, One Shot! Nein, ich bin tot! Bro, dein Mikrofon ist definitiv kaputt, du solltest es definitiv mal austauschen! Das sind zwei Teams! Nein! Wie süß! Mich pushen zwei Teams! Ich lass' dir sie bevorstehen! Was ist los? Er hat einfach ne Torhymne gehört! Keine Money mehr! Keine Money mehr! Warte, das check' ich! Das check' ich jetzt! Alter, wirklich nur ein Schuss! Okay, alles gut! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh mein Gott! Digga, du hast 0,1HW wirklich! Ah! Und er hat so geschrien dagegen! Er hat so geschrien! Ah! Ich bin so bad! Nein, das find ich! Alles gut! Ich bin einfach nur so gut! Und Karma bekommen! Nein! Nice Amosist! Was? Nails, Amosist? Was? Was hat denn jetzt damit zu tun? Nice Amosist, Floyd! Ja, ja, es liegt am Amosist, dass ich die ganze knalle! Näher! Neue Sicherheitszone! Das ist aktiv! Ah! C-Amper! Camper! Camper! C-Amper! camper es ergibt also was 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 ist denn mit diesem wort warum wird das so geschändet was schießt du denn einer mit einer diamatti ist das das bezweifle ich ich weiß er will in die in die dings folge rein na gut kommen rein mit dir in die hot mike folge na los kompakt er sagt das hot mike i'm hacking der name ist not hacking und ich habe getötet was ist er one shot ja ja hat sich wollte ich bin obwohl ich wollte fahr um einen kopf hat sein mate so verkauft der ist krank hey bin ich gar nicht gesund egal nein war das schlecht ich krieg immer ich auf die schnauze nein der arme aber guck mal dein mail hat mich doch getötet das ist alles gut du wirst dich noch töten die runde bestimmt das ist so gut ich liebe das team ja ja das war genau meine reaktion gut dass sie nachgemacht hast wir müssen jetzt das game steht wenn du bist ja so schön sauer so schön deutsch oh ja was was Alter, wie sauer, ey, ja. Äh, Alter, was ist das gerade für eine Stimmlage? Wurde es ja so geknallt von mir. Du hast meine Mutter gefickt. Oh, und wie ich das getan habe. Oh, 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 oh. Fucking pussy. Fucking pussy. Na, willst du mich nochmal packen? You're a fucking piece of shit. Ja, wadawaduu. Fucking hacking cunt. He's hacking me. Was bin ich? Hä? Digga. Warum soll ich n'hacken? Was soll denn jetzt immer? Warum denken die Leute immer, dass ich hacke? Ich hab dich ganz normal getötet. Der One-Shot-Töken. Andere o' la Vettorina. Oh, GG. Oh, GG. Was? Er war genauso überraschlich. Oh mein Gott, Alter. Ja, da steht direkt einer an meinem Loch. Sorry. Sorry, Meister. Es war ja nicht gewollt, dass ich den hier abcampest. Zubewirklich. Nein. I shaked you first. Gar nicht, du Lügner. Nein, er war so traurig irgendwie. Jetzt bin ich auch traurig. Ja, nice cheats, Bro. Nice cheats, Bro. Cheats. 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 Warum soll ich jetzt geteatet haben? Also... Hä? Ey, ich dachte, das sei einer von euch. Nein. Ich dachte, das sei einer von euch, meinte. Digga, deine Mates sind völlig woanders. Guck mal auf die Map. Nice Wallack. Du bist der beste, Floyd. Danke, Bro. Nice Wallack, Floyd. Juju, I speak to you. Ey, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. I report you. Ja, report me, please. Äh, I'm a hacker. I'm a Wallhacker. Ja, ja, I Wallhacker. Ja, ja, I Wallhacker. Bist du Mird. Ja, bist du Mird. Ja, Bist du Mird. Ja, Wallhack nicht. Der ist einfach nur krass hier. Ich küss doch dein Herz, Para. Ich küss doch dein Herz. Ja, ich deins auch. Danke. Böse Cheater. Äh, no, no. I'm a Cheater. You're, you're right there. Der eine liebt mich, der andere hasst mich. Was war das? Das war's. Für dich und deine Liebe. Von Gott auf uns. Tja. Du bist ein Herz.